Willkommen zurück bei Paper Mario Staker Star. Heute ist es Zeit, den Eisboss zu Matsch zu verarbeiten. Doch zuvor möchte ich wieder auf einen Tipp von euch eingehen. Und zwar, wenn man die Villa Mysteria abgeschlossen hat und dann wieder reingeht zu dem jetzigen Besitzer und mit ihm spricht, dann soll man ein KB Plus bekommen. Das ist natürlich der optimale Zeitpunkt, um dieses KB Plus an mich zu nehmen. Mehr KB bei einem Boss, das ist doch super. Auch wenn ich wirklich glaube, dass wir den Boss ganz leicht besiegen werden. Oh, willkommen. Ja, hi. Wollen wir mal ein bisschen plaudern? Wie schaut das aus? Oh, welch freudige Überraschung. Ihr seid doch diejenigen, die kürzlich den Lift genommen haben, nicht wahr? Es ist zu freundlich von euch, dass ihr Schnee und Kälte trotzt, um solch einen fernen Ort zu besuchen. Bitte fühlt euch ganz gut zu Hause. Ach, jetzt merke ich es erst. Das ist der wirkliche Besitzer. Der aus dem Bild. Geil. Ja, da ist der andere. Ach, willkommen. Oder? Das war auch der. Ich bin ganz verwirrt gerade. Mh, lecker Kaffee. Es ist so lange her, dass wir Gäste in diesem Haus empfangen durften. Ich muss zugeben, euer Besuch bereitet mir wirklich große Freude. Ich freue mich auch, dass ich dafür sorgen kann, dass Master Mario sich wie zu Hause fühlt. Ja, da ist es ja schon. Oh yeah. 85 KP. Nice. Ich glaube, man kann 100 KP haben, weil sonst fehlen noch drei Herzen. Na gut, die finden wir bestimmt in Welt 5 und 6. Aber um diese Welten zu erreichen, müssen wir erst einmal den Eisboss killen. Und jetzt ist es soweit. Wir haben genug Feuer-Items dabei. Also Angst habe ich vor ihm wirklich nicht. Die anderen Bosse, die hatten jetzt nur eine Schwäche gegen einen Sticker. Aber der, der hat eigentlich eine Schwäche gegen mehrere. Eigentlich sollte der dann auch so 600 KP haben. Alles andere wäre ein bisschen lame. Und ich stelle gerade fest, ich muss gerade nochmal neu mit der Bahn fahren. Ja gut, wir sehen uns dann bei der Haltestelle wieder. Auf geht's. Es wird Zeit, das Eis zu schmelzen. Wollen wir mal heilen, wenn mich dieser Eisbruder die ganze Zeit trifft. Oh non, verpissen wir uns. Wir haben den Ausgang als Schnipsel dabei und müssen ihn nur noch einsetzen. Nämlich hier unten. Das sollte ich jetzt am besten gleich tun. Ja. Passt. Wie angegossen. Na gut, nicht ganz, aber jetzt. Und noch mehr Kohle. Also dieses Level eignet sich wirklich zum Geldfarmen. Auf einfache Art und Weise, ohne zu kämpfen. Nice. Oh. 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 Ja und jetzt? Das ist doch wohl nicht der Boss, oder? Doch. Okay, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, ich gehe da rein und dann ist da irgendwie so ein Eismonster oder sowas. Aber das ist schon übel. Oh oh. Vielleicht habe ich den Boss schon unterschätzt. Und das ist schon mal. Oh. 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 Und bam. Ja, geil. Drei Angriffe. Können wir direkt mal unser Feuerarsenal verwenden. 400 Kp, okay. Dann würde ich sagen, setze ich zuerst die Heizung ein. Ich könnte natürlich auch den Ghetto Blaster zuerst machen, aber ich denke, das wäre echt zu lame, weil ich ihn dann schon fast umbringen würde. Ein bisschen kämpfen will ich auch. Den Föhn. Und... Hä, ich hatte doch noch was. Was ist denn das Zeug? Na. Genau, hier. Ofen und Feuerzeug. Los, ihr Dings, Dicker. Zeigt, was ihr könnt. Das Teil kostet 230 Münzen, also richtig viel. Dafür kann es jetzt hoffentlich auch was, ja. Ich konnte da aber nix timen. Oder ich war zu dumm dazu. 40 ist ziemlich wenig. Da hätte ich dann doch etwas mehr erwartet. Aber die Schutzschicht ist weg. Und der Föhn. Vielleicht habe ich es auch falsch eingesetzt. Vielleicht hätte ich es erst später einsetzen sollen. Kann das sein? Ja, jetzt vielleicht. Schau. Boah, hoffentlich verkacke ich den Fight nicht. Aber nein, das kann nicht sein. Hier, komm. Ja, schön. Ja, hier muss man wieder... Ah, spammen. Exzellent. Das zieht mehr ab. Doch, 90. Schau mal an. Ich wusste bei den anderen beiden einfach nicht, wie ich die timen soll. Scheiße. Aber bei dem eben schon. Und... Hey, ist er schon fast tot. Ah, geschrumpft. Ja, wie soll ich den Angriff jetzt timen? Ich sehe ja nichts. Ja, toll. In der letzten Sekunde zeigt er mir, wann er angreift. Zehn abgezogen. Oh je. Gut, noch zwei Angriffe. Dann setze ich mal hier... Warte, 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 warte. Den Ghetto-Blaster ein. Verdoppelt meinen Angriff. Oh, den Ofen. Bam, bitch. Yay. Voll die Party. Und der Ofen. Jetzt kommst du in den Ofen, du Hexe. So, was muss man hier machen? Vielleicht auch wieder a-spammen. Ja. Kommt nochmal 90 weg. Ne, sogar mehr wegen dem Ding, ne? Okay. Anscheinend geht nicht mehr wie 99 Schaden. Na gut. Das ist viel. Damit bin ich zufrieden. Noch 131 KP sind übrig. Oh, starke Risse. Hahaha. Da zerbricht er sogar noch. Schrumpft also nochmal. Am Anfang ist er immer so fett. So in der komischen Eisschicht überzogen. Oh, oh. Jetzt macht er nicht die Stampfattacke, sondern hier so eine Schose. Aber ich konnte es blocken. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Den Einzugsprung setze ich nicht ein. Das ist zu lame. Wir haben jetzt noch einmal Platz für einen starken Angriff. Ja, und wenn ich nicht blöd bin, dann setze ich das Stickerrad ein, damit ich diesen starken Angriff gleich zweimal habe. Oder vielleicht sogar dreimal. Okay, der Typ ist tot. Den mache ich sowas von platt, ey. Hahaha. Feuerhammer. Kala Feuerblume. Was haben wir denn noch schon heißes hier? War das schon alles? Den Mega-Kala-Eishammer verwende ich nicht. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, hier, mega-großer Grillhammer. Ich bäsch dich nach Hause. Puh! Bam! 64 Schaden. Oh, ist die Verkleidung schon wieder am Arsch, hm? Tut mir aber leid. Geköpft. Ich finde es so geil, wie immer der Kopf abfällt. Hä? Oh! Ach stimmt, der Rue-Reis-Sicker war gar nicht zu sehen. Da ist jemand drin. Ein Schneemann? Ein vollkommen wild gewordener Schneemann. Okay, Timing habe ich versaut. Jetzt muss ich meinen großen Grillhammer leider verschwenden. Aber egal! 99 Schaden! Boah, Alter! Bam! Gebasht! Ist mir so leicht. Ich habe mir beim Anblick dieses glitzernden Stickers doch nur etwas gewünscht. Und dann ging auf einmal das ganze Schlamassel los. Ich war dabei zu verschwinden. Von Eis zu Dampf schwebte in den Himmel hinauf. Ich wollte doch nur einen Körper, der nicht schwinzt. Wenn im nächsten Jahr der eisige Steh fällt, baust du mich wieder zusammen, ja? Dann können wir uns wiedersehen. Okay. Ja, ist gut, aber da ist doch ein Block. Weil ich habe nämlich ebenfalls noch den Tipp erhalten, dass es in diesem Level noch einen Mega-Color-Sticker gibt. Und den soll es wohl hier irgendwo beim Bossraum geben. Den kann ich jetzt nicht holen, deswegen muss ich das Level wohl nochmal betreten. Okay, Royale-Sticker erhalten. Yes! Jetzt sagen natürlich einige... Boah, der kommt ja voll einfach, Mann. Aber ihr müsst auch bedenken, dass mein Arsenal so ziemlich 600 Münzen oder so gekostet hat. Als im Frühling der Schnee zu schmelzen begann, fühlte auch mein Körper sich plötzlich sehr wunderlich an. So klagte ich über meinen Leib und seine schwindende Kraft. Ein Sticker hörte mich und gab mir neuen Lebenssaft. Nee, und das mit dem Ghetto-Blaster war halt auch übelst das Glück, dass wir da gleich dreimal angreifen konnten. Ja, und die Schwäche vom Feuer, das musste ich einfach ausnutzen. Der Kerl hatte halt einfach mal gar keine Chance. Wenn ihr Schwere haben wollt, dann macht es halt nicht so. Er hatte ja immerhin einen Angriff von 10. Also, nicht schlecht. Auf der Karte ist er jetzt weg. Also, wir müssen es nochmal betreten, wegen dem Sticker. Wir sehen uns gleich nochmal beim Bossraum. Toll. Da war die andere Landung aber besser. Na gut. Also, da ist der Ausgang, stimmt. Und da ist der Block, den wir schon von Anfang an gesehen haben. Und das muss es eigentlich sein. Oh, yeah. Ein mega-kala-Seriensprung. Endkrasse. Wie geil der aussieht. Aber leider muss ich ihn wahrscheinlich erstmal ins Museum packen und dann aufs Gehen nochmal holen. Ja, das sieht doch echt habermäßig aus. Wir haben jetzt schon ziemlich starke Sticker. Ich hoffe, dass die Entwickler das jetzt nicht langsam mal ein bisschen übertreiben und das dann Welt 5 zu einfach wird. Also, ein bisschen ist es gerade so am Schwanken, ne? Aber mal schauen. Man muss ja die ganzen Dinger auch nicht benutzen, ne? Man findet sie ja eigentlich auch meistens nicht. Gut, der Mega-Eishammer, der war jetzt nicht auf dem Weg, aber der Rest und die ganzen KP Plus, das ist ja alles Secret. Das findet ja kein Schwein. Normalerweise. Also muss man sich so ein bisschen schwerer vorstellen. Und dann im nächsten Part geht es weiter mit Welt 5.1 Shy Guy-Dschungel. Ich bin sehr gespannt, wie geil der Dschungel wird. Daumen hoch, wenn ihr euch auf die Welt freut. Bis bald.